Will, er war ein ganz normaler Typ, er war glücklich und zufrieden, doch dann kam der Kaffee in sein Leben. Noch nie hat er so einen Genuss erlebt. Aber er konnte es nicht kontrollieren. Ich brauch mehr! Es kostete ihm seine Freunde. Denk doch nach, Mann. Das kann nicht gut für dich sein. Ich will den Scheiß nicht hören. Sogar seine Haare hat er verloren. Alter, was redest du? Ich war mein Flüsseur. Er hat allen anderen die Schuld. Warum nicht? Warum muss genau mir das passieren? Weil ich Bock hatte und jetzt schweige. Und so zerstörte die Sucht nach Kaffee sein Leben.